Auf eine Tasse Kaffee mit Jan Schmiedl. Dein Podcast mit alltagstauglichen Tipps und Impulsen für dein persönliches Wachstum. Ich glaube an dich. Moin aus Hamburg, hier ist der Jan mit seinem Kaffee. Okay, ja und heute zu einem Freitag möchte ich dir einen ganz besonderen Podcast, ja den möchte ich dir schenken und zwar, ja habe ich jetzt so ein, zwei sehr bewegende Wochen hinter mir und in diesen Wochen habe ich mich mal an einem Podcast erinnert von meinem lieben Kollegen Thomas Reich, der aus einem Buch vorgelesen hat von jemandem, den er kennt. Den Link zu dem Buch werde ich in die Podcasts mit hineinsetzen. Lieber Thomas, die klaue ich dir mal eben aus deinen Shownotes und in diesem Buch von dem Herrn, den er vorgelesen hat, geht es an sich um Depressionen. Ja, ein schwieriges und schweres Thema, gerade hier in Deutschland, nur mir ist ein Satz in dem Podcast halt aufgefallen und das passt wieder zu meinem Thema, das mich jetzt seit ein paar Wochen beschäftigt und ich weiß, naja, dass es Menschen gibt, die gerade eben, ja denen es nicht so gut geht und Menschen, die in ihrem Prozess nach vorne kommen und trotzdem sich alleine fühlen und ja auch nicht genau wissen, wie es weitergeht und naja, es gibt ja so Situationen im Leben bei uns allen, da können wir ja noch so gefestigt im Sattel sitzen, da haut uns irgendetwas mal um und dementsprechend möchte ich, ja, dir etwas schenken heute. Ich kenne dich nicht und trotzdem, naja, und trotzdem glaube ich an dich. Der Thomas hat in seinem Podcast gesagt, wenn du schon dir selber nicht glaubst, dann glaube wenigstens denjenigen, die an dich glauben. Und da ist mir ein Text wieder eingefallen, ein Text, den ich ab und zu meinen Klienten auch vorlese, der ist nicht von mir, deswegen kann ich den Podcast tatsächlich auch erst heute machen, der ist von einem anderen Kollegen, heute sind ganz viele Coaches hier in meinem Podcast, also dieser Text ist von einem anderen Kollegen, vom André Leubel, der sitzt in Rheinbach und der André war so lieb, ich habe ihn angeschrieben und habe gefragt, ob ich diesen Text tatsächlich hier in meinem Podcast veröffentlichen darf und vorlesen darf und den Link zum Download des PDFs, den setze ich natürlich auch rein in die Shownotes und natürlich, weil der André auch ganz, ganz lieb war, selbstverständlich auch die Webseite vom André Leubel. Er hat eine sehr sympathische Stimme und er kannte mich nicht und hat sofort zugesagt, ich glaube, der André ist auch ein ganz, ganz toller Coach. Solltest du also in der Nähe von Rheinbach sein, wäre es vielleicht ein Ansprechpartner für dich. Ja, also es geht um Situationen im Leben, wo es uns manchmal nicht ganz so gut geht. Und deswegen möchte ich dir jetzt diesen Text schenken. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich, denn du bist wundervoll. Du bist ein wirklich außergewöhnlicher Mensch. Du bist etwas ganz Besonderes. Und weißt du was? Du hast schon so viele wundervolle Dinge getan in deinem Leben. Wir haben so viel Glück, so viel Liebe, so viel Gutes in die Welt gebracht. Du bist ein außergewöhnlicher Mensch. Du bist ein wundervoller Mensch. Und die Welt ist so viel besser, weil du hier bist. Weil du dein Leben mit uns teilst. Danke dafür. Und ich weiß ganz genau, es gibt nichts, was du nicht sein könntest. Es gibt nichts, was du nicht tun könntest. Und es gibt auch nichts, was du nicht haben könntest. Denn ich glaube an dich. Die Welt ist so viel schöner, heller und bunter, weil du hier bist. Du bist ein wundervoller Mensch. Und ich weiß, deine Zukunft wird hellstrahlend sein. Sie wird wundervoll sein. Genau wie du es bist. Denn ich glaube an dich. Und alles, was du brauchst, wird ganz einfach, ganz leicht zu dir kommen. Denn du bist mit dem Universum verbunden. Alles, was du brauchst, wird dir gegeben werden. Denn du wirst geliebt. Auch wenn dir das manchmal nicht bewusst ist. So viele Menschen lieben dich. Und das Universum liebt dich sowieso. Ich weiß, wunderschöne Dinge sind auf dem Weg zu dir. Denn du bist Leben. Du bist Energie. Du bist mit dem Universum verbunden. Das Universum und du, ihr seid eins. Es gibt keine Trennung. Alles ist eins. Alles ist Liebe. Du bist Liebe. Und Liebe ist du. Ich habe gute Nachrichten für dich. Du bist schon längst gut genug. Bist du schon immer gewesen. Und alles, was du tust, trägt zu deinem Wachstum bei. Alles, was du tust, macht diese Welt bunter, schöner und reichhaltiger. Deine Energie macht diese Welt heller. Ich weiß, dir stehen unendlich viele Möglichkeiten, Ideen und Reichtum zur Verfügung. Du bist unabhängig. Du bist unabhängig und frei, all das zu tun, was du wirklich tun willst. Denn ich glaube an dich. Und wenn du mal an dir zweifelst, dann erinnere dich daran, was du alles schon geschafft hast in deinem Leben. Was du alles schon erreichen konntest. Welche Probleme du in der Vergangenheit schon erfolgreich gelöst hast. Erinnere dich daran, wie stark du bist. Erinnere dich daran, wie mutig du bist. Erinnere dich daran, wie viel Liebe in dir steckt. Denn ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Und mit diesem Glauben, auch wenn ich dich nicht kenne, mit diesem Glauben, ja, lasse ich dich in deinen Tag gehen, in das Wochenende oder auch wann immer du diesen Podcast hörst. Ich trinke meinen Kaffee und, ja, du kannst dir das PDF herunterladen und dann immer wieder durchlesen. Oder du hörst meinen Podcast nochmal. Ich glaube an dich. Bis dann, der Jan.